Wieso Tahiti? Was machst du hier? Ich hab Bock auf Abenteuer. Wer ist denn der Typ? Wie ist das so, ganz allein auf dem Meer? Man leidet unter Schlafmangel oder ist seekrank und nach ein paar Tagen hat man Halluzinationen. Und warum machst du das dann? Das ist so ein Gefühl, das kann man kaum beschreiben. Da ist nichts außer dir und diesem unendlichen Horizont. Würdet ihr unser Boot nach Kalifornien segeln? Was denkst du? 30 Tage allein mit dir auf hoher See? Klingt sehr verführerisch. Ohne dich gehe ich nirgendwo mehr hin. Komm und segeln mit mir. Bon voyage, ihr Turtel-Täubchen! Der Hurricane Richmond hat unerwartet seine Richtung geändert und hat jetzt die Kategorie 5 erreicht. Wir müssen alles auf dem Boot sichern. Ich hab ein ganz blödes Gefühl. Ich liebe dich. Geh unter Deck! Oh mein Gott! Richard! 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 Alles wird wieder gut. Wir schaffen das. Wir sind tausende Meilen vom Festland entfernt und befinden uns in keiner Flugroute. Das Suchgebiet ist einfach viel zu groß. Eine Nadel im blauen Heuhaufen. Kann mich irgendjemand hören? Bedei! Meine Rippen sind gebrochen. Mein Bein ist zertrümmert. Ich bin für dich nur eine Last. Wenn wir nach Hawaii segeln... Das sind 2000 Meilen. Wenn wir es überhaupt schaffen. Wenn du Hawaii nicht findest... Wenn wir Hawaii nicht finden, sterben wir. Ich schaff das nicht. Du kannst alles schaffen, was du dir in den Kopf setzt. Ich bin um die halbe Welt gesegelt, um dich zu finden. Ich gebe dich niemals auf. Sag mir, wie ist die Farbe des Horizonts? Ich bin die Farbe des Horizonts. Bitte verfelt sie noch. Ich bin die Farbe des unacceptable Stern舞. Das ist doch alles gut. Die Farbe des Horizonts. Vielen Dank.